So, Sanderstraße 5a, das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wir schauen jetzt gleich einmal in den Laden rein. Unverpackt, Würzburg. Das schauen wir uns jetzt gleich einmal an, hier in der Sanderstraße 5. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich stelle es drauf und dann kommt da das Zettelchen raus. Genau. Und jetzt drauf geht es. Und jetzt nehmen wir das Zettelchen hier zum Beispiel auf den Boden. Da klebt es jetzt. So ein Stück, das muss gut reinpassen. So. Und sauberen Händen da reinfallen. So. Noch mehr. So, das ist Tara. Dann habe ich so die Butter. Das war's bei Ihnen. Ja. Okay. Dann bekomme ich bitte 1,19 Euro von Ihnen. Bitte. So, das geht die Frage. Dann habe ich das geschafft, dass die großen Rücken ziehen wird. Jetzt wird die Knie. Was springt heute ganz? Ich glaube, dass die Leute vielleicht noch über den Namen sind. Alle haben die Rücken. Was hast du denn?